hallo leute und willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal wir gehen heute wieder sondergang auf dem feld vom letzten mal was machst du denn da so willkommen zum ersten fund ja aufgrund der form etc gehe ich mal vom knopf aus sieht mir nach zwei löchern aus kann mich auch täuschen so eine vertiefung ist ich tippe mal auf den knopf wir schauen mal zu hause wenn es sauber ist weiter geht es hi leute willkommen zum nächsten fund ein knopf ein recht schöner wenn ich das mal so sagen darf also sonst habe ich hier immer noch reismünzen gefunden wisst ihr ja und jetzt heute ist irgendwie knopftag das auch nicht weiter geht es willkommen zum nächsten fund schon sehr dunkel heute geht irgendwie nix ein stück kette oder vom anhänger so ein schlüssel anhänger oder irgendwie sowas schätze ich mal naja schauen wir mal wenn es hell ist ich gehe jetzt das stückchen noch zu ende ich denke mal nicht dass heute noch groß was geht heute ging irgendwie gar nicht naja also werde ich dieses video mit wohl mit in ein anderes packen weiter geht's hi leute und willkommen zu tag zwei ja ich schneide die beiden tage zusammen weil ich hatte ja echt nur zwei knöpfe gefunden und heute geht es weiter auf dem hinweg habe ich wieder ein schönes großes feld gekriegt eigentlich zwei fälle weil der bauer sagt das linke ist seines da kann ich ruhig gehen und auf dem rechten kann ich auch ruhig gehen da scheinbar kennt ihr den anderen bauern auch und weiß dass er nichts dagegen hat das schon mal erstmal super positiv und ich hoffe dass wir heute ein bisschen was finden wir sind wieder auf dem gleichen acker weil den mache ich jetzt einfach zu ende obwohl die letzte fahrt echt scheiße war aber naja gut erste fund ein von der uhr da steht auch noch ein bisschen was drauf so was steht da ct10 watch go hier so ein armbanduhr deckel von hinten weiter geht's so die erste münze endlich nach ich glaube acht bahn nichts ja 50 kreis finde ich endlich wurde auch zeit ich hoffe dass jetzt münzreich weiter geht weiter geht's so wir kommen zum nächsten einmal ein desolater knopf ja damit ist wirklich gar nichts mehr los ja die sonne geht langsam unter bisschen machen wir noch bis dunkel wird und dann hauen wir ab ich hoffe es kommt noch ein bisschen was hallo heute willkommen zum nächsten fund oberflächen fund diesmal ja leider also es sieht mir irgendwie nach einer münze aus aber die jetzt voll erwischt kann ich jetzt so auch nicht erkennen was sich vor einer handelt ziemlich grün angelaufen allerdings so ein bisschen silberig auch schwer zu sagen grün spricht ja für kupfer naja schauen wir mal also sieht man auf jeden fall nach der münze aus müssen wir mal gucken weiter geht's so jetzt wird der ackerschein mal wieder ein bisschen besser nächster fund ein heiligenanhänger habe ich jetzt so in der machart auch noch nicht da kann man ganz gut sehen da war das loch ja schön weiter geht's so leute wir kommen zum nächsten fund so nächster fund hier ich weiß es nicht also eine 20 steht drauf ich kenne die so als kriegsgeld aber das sieht mehr silberig aus ja also silber also so dunkles angelaufen das sieht aus wie angelaufen das silber sagen wir mal so 20 drauf dann ist auch schon ein bisschen dunkel die sonne ist leider auch schon runter gegangen du musst dir mal kackern dein bein habe ich gesehen ja schauen wir mal was es ist zu hause weiter geht's bis zum nächsten Mal I'm holdin' on The passion goes back But I can't let it go Cause I'm holdin' on I'm holdin' I'm holdin' on 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 Untertitelung des ZDF, 2020